ARD Text im Auftrag von Funk Scheinst du? Oh, hier ist ein Safe! Alter, hier ist Geld! Und Gold! Guck mal hier, Jay! Hat sich dein Gold platziert, ist voll safe Gold, geil Meinst du meine Feinunze? Ja, genau die meine ich Ach guck mal, hier kann man... Ach, das ist ja interessant Schon wieder ne Bombe Ja, hat einer ne Bombe?! Und du siehst sie nicht Ja, dann war es Jay wahrscheinlich Nein Sie liegt in der Mitte im Casino Ich defuse sie Nein, rate nach Bram, ich bin noch in der Nähe Sepp ist es! Sepp ist es! Ich hab ihn erwischt Der hat sie nämlich geplantet Das hab ich grade auch gedacht Naja, ich hab nämlich ein Wegrennen sehen Ich denk mir so, hä? Christian ist der andere Christian hat grad da, du weggerotzt Vor meinen Augen Ich bin hinter dir, Jay Okay Er ist in der oberen Etage Das ist die oberen Etage Moment, hat grade da, da Luca hat weggerotzt? Ja, Christian hier, direkt hier über uns Okay, okay, okay Und ich hab die Bombe, weiße wer, von Sepp Ich hab die aber mal krass defused, weil ich ein geiler Mofo bin Rechts von dir, Peter! Links! Ne! Leute, das ist Christian! Alter, what the shit, du bist nicht verarschen Easy Ja, Quatsch, was denn Lack, ey War eigentlich ziemlich gut platziert Aber die Bombe war ja wohl echt geil Die liegt einfach... Weißt du, ich war so grade so total perplex Als du gesagt hast, ich dachte so, ey cool Da liegt ne Bombe als Deko drauf Oder so Und dann rennt Sepp weg Und dann hab ich so... Erst so... Dann hab ich sie piepen gehören Und dann so eins und eins zusammen Richtig shit Und das ist immer verfolgen Das Kopf hat gerechnet Ja, das hat echt kurz gedauert Eins plus eins ist drei Eins ist zwei Dann warte ich total lange, bis keiner kommt Und dann lege ich die Und dann kommt immer einer Genau da Dalu ist immer da Ja, das Problem ist auch Du hast ja bei uns Sneaky-Sport ausgesucht Muss man ja ganz ehrlich sagen Ja, mitten auf der Map, ey Ich hab gedacht, das hat richtig Style Da ist es auch Also ich fand die gut getarnt Also ich hab's nicht so schnell erkannt Aber ich bin ja auch nur Playmobil Wer verfolgt mich? Dalu verfolgt mich Wir laufen nur zufällig in die selbe Richtung Ja, ja, das will ich auch sagen Das ist total langweilig Erstmal duschen, ich denk schon wieder ne Runde Auf jeden Fall Voll geil, dass man sich in der Dusche selber sehen kann Man kann sich selber angeilen an seinem Gemächt Wo ist die Dusche? Rechts gleich Und dann wieder rechts Fick dich Ist so! Warte, ich mach Platz Ja, ist ok Warte da, du verpiss dich Ich geh raus Warte, nur mal die Zuschauer zeigen Ja, ja Oh cool Boah, guckt euch das an, alter Moment, geht in die Spiegel Kann sich mal jemand an den Tisch stellen? Ja Stehst du da jetzt? Ja, ich stehe da jetzt Achso, Moment Wirk ich im Spiegel Guck mal, ich seh dich auch im Spiegel Ja, mich hat interessiert, ob der halt richtig funktioniert komplett Ok, alles klar Wir können wieder gehen unsere Wege Hast du mich auch gesehen? Ja Nice Ok, ich geh den anderen Weg Noll Wartest du hör Bram? Wartest du hör? Ne, Sepp, Sepp ist nur entgegen gekommen Ok Ich war schon wieder umgedreht Leute, what the fuck? Da bist du ja schon wieder Hä, wo steht von da, du da? Was ist das für ein Trick 17? Hä? Guck mal an Bram, Bram, Bram Wie, Bram? Oh, lol, wir laufen hinterher Du kleiner Ringster Bist immer noch da Hier vorne ist Christian Hallo, Bram Boah Alles cool Oh, wer ist denn da? Das ist Christian Lass Dallu mal wieder alleine Oh, wey Du solltest legen Bram und Peter Und Peter Christian ist mir gerade entgegen gekommen Warum kann ich eigentlich einen Rechtsklick spielen? Alter Wo kommst du denn her? Ich lauf hier die ganze Zeit einfach nur rum Ja, du läufst halt langsamer Was denn, Jay? Ändert das was, ob ich mit Rechtsklick ziele? Nein Also eigentlich nicht Würde ich Weil hier unten gibt es so ein Untergrundsystem So ein Tunnel, aber der geht nur um eine Ecke Und dann ist der vorbei Ich will mich verarschen Lass mich schon wieder Willst du mich verarschen? Da stand ich gerade vor, wie geil ist das denn? Warum hast du das vorhin gesehen, dass der einfach nur ohne Ende ist? Weil ich da letzte Runde schon drin war Da wollte ich das auch schon fragen Aber da war gerade eine krasse Ecke Ich war gerade so mega Ich hätte mega gehofft, dass ich dich für jemanden verstecken kann hier Ich finde die Bilder voll cool Ah, wir haben einen Toten Sepp, kennst du noch? Ich glaube Wir haben einen Toten Sepp! Also ich seh hier Blut Ich seh hier Blut Chris Ja Bram Bram war noch da Der ist noch alle da Aber wer hat dann geschossen? Wer hat dann geschossen? Ja, aber irgendeiner wird ja sich beschweren hat, der angeschossen wurde Hier ist ja auch Blut Ja, eben Das frage ich Ja, aber irgendeiner wird ja auch Hätte doch dann schon Vielleicht aus Versehen zwei Trailer Also ich bin auch Jay vielleicht Hat wieder seinen Trailer-Kollegen angeschossen Ne, 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 ne Also ich hab bisher noch keinen Wundet gesehen und Jay Da hat sich doch keiner beschwert, man Ja, warum sollte sich auch der Trailer-Kollege bei dem Trailer beschwert Wann willst du eigentlich wieder von mir? Ich hab noch keinen Wundet gesehen, wobei ich seh hier gerade generell keinen Er hat sich wieder geheilt, der Jay Ich lauf die ganze Zeit wie so ein Blemmerter einfach über die Map, ey Ja, Alter Da läuft noch, machen glaube ich gerade alle Es laufen alle gerade über die Map Lass mal die Bombe suchen Ah, langweilt mich Lass mal die Bombe suchen Und Spaß, ich lauf die ganze Zeit hier rum, seh keinen Hä? Ja, dann läufst du wahrscheinlich genau mit dem Flow-Peder Ja, wahrscheinlich What the fuck? Das ist der Wahnsinn Ich hab jetzt bestimmt seit zwei Minuten keinen mehr gesehen Wann ist eigentlich der Gang, der einfach nur in die Decke reingeht und dann ist es das? Also in die Wand, meine ich Ja, das war Jay und ich vorhin auch So Casino Royale Jay, wo ist das Geständnis? Rinneneva plü Rinneneva plü Rinneneva plü Rinneneva plü Ich seh ein Lebenszeichen Hallo Sepp Sepp ist aber noch healthy Sepp ist aber noch healthy Hey Dalu Hey Läufst du da oben drüber, Alter Hey Dalu Dalu ist bei uns Dalu ist bei uns Dalu ist bei uns Machen wir an, ich wollte den Latz Soll ich jetzt wieder markieren Bram Scheiße Du Penner Bram Hast gelogen Wait Christian? Nein Peter Depp Wieso ist da Blut an der Wand? Christian hat sich gerade hier mit denen duelliert Was? Christian? Christian ist weggerannt hier oben Ja sicher Christian ist da, Christian verfolgt mich Ist Christian da safe? Wie? Christian verfolgt mich? Der nächste Tote Der nächste Tote Christian! Sepp ist auch tot Was? Sepp ist gestorben? Wer ist Sepp? Es sind nur noch die Traitor am Leben Das fuckt mich jetzt aber ein bisschen ab Peter nicht so laut Ich muss deine Schritte hören Fuck Holy Shit Ha Musst du mal kurz was trinken, Peter Das ist gemein, ich kann das nicht So So Peter Na erstmal Christian wiederbeleben Ach Scheiße Ganz schön viel Stuff gerade Peter Peter Versteck dich nicht in den oberen Etagen von mir Scheiße hast du den Radar, das finde ich richtig kacke Das ist jetzt richtig kacke Ich hab irgendwie richtig viel Stuff am Punkt Und so, ich weiß auch nicht wo die alle herkommen Ich hab Angst, Mama der Druck ist nicht auszuhalten Geil, ich steh nur, ich steh nicht weit von dir weg Guck mal da liegt Jay Ich weiß nicht mal wo Jay lag Ah LOL Das ist der Brab aber ganz schön siegessicher Ihr beide, da habt mich fast Der hat mich One-Shotted Damit hab ich jetzt echt nicht gerechnet Wenn ich Full-Life bin Vor allem, vor allem, dass der einfach rauskommt Und ihn einfach wegmacht Nice, Peter Ich wusste halt wo Jay's Leiche war Und hat da gehofft, dass genau das passiert Aber ich hab mich trotzdem mega erschrocken Vor allem, ich hab auch noch auf die Tür geguckt Aber der hat mich One-Shotted Das hätt ich echt nicht mit gerechnet Nice one Mit dem Lachen als meine Leiche identifiziert hat Das war so geil Jemand hat Dalu umgebracht Höhöhöhöhöhö Ich fand's halt so lustig Also nur Mit Dalu da irgendwie so ein Affe rumsteht Und da steht Christian vor dem Und dann fang ich's an zu ballern Und dann, ja gut, hm Mhhm, stand Dalu halt zwischen den Fronten Ich hab sich ne Falle gelockt Ja, das war ganz gut so Ich hab mit auf Dalu dann schießen können Ja, ich glaub sogar Christian hat mich getötet Ich check aber immer noch nicht die Poison Gun Die funktioniert irgendwie nicht Ich kann damit, da steht Du hast ein Immo von zwei Damit schieß ich einmal Und dann kann ich damit nicht mehr schießen Und ich kann die auch nicht nachladen Auf der Map davor Wurdest du von mir vergiftet? Ja Weil ich hab dich ja getroffen Ja, stimmt Aber ich hätte Ich war mir eigentlich relativ sicher Dass ich gerade Jay auch getroffen habe Aber da ist nix passiert Und wie gesagt Du hast ja eigentlich laut Anzeige Zwei Schuss Aber der lädt dich nicht nach Und ich kann noch nicht zweimal schießen Du hast nur einen Schuss Ah so Jetzt haben wir noch mal ne schöne Waffe Also ich hatte damit auch noch nie zwei Schuss Jetzt einfach machst du da Wieso wirfst du hier einfach Shit durch die Gegend Ich hab da eine Smoke geworfen Was ist das denn? Dalo Dalo schiebt Dalo hat Matt Dalo 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 hat Matt an Wo ist Dalo denn? Das ist jetzt die große Frage Oh, hab ich den da gerade oben nicht gesehen? Hier liegt Christian Ne, das ist Jay Ah, das ist hier Das ist natürlich gut zu wissen Der ist irgendwo am Piano Oh, das ist Bram Am Piano? Sepp, Sepp, Sepp Oh, der ist draußen Wo ist der? Bram, wenn du mich jetzt Eiskalt von hinten weg schnabulierst Dann werde ich ganz schön traurig Ja, den zu Also nur Dalo ist es bislang, ja? Dalo ist es safe, ja Nein Bram, hilf mir Fick dich Du brauchst du gar nicht probieren Ja, hab ich dich sehen, mach ich dich Ich bin ein besseres Alibi Aber dann belebe mich danach wieder Dalo hat sich irgendwo versteckt War das Dalo? Ich glaub das war Ich glaub der ist hier drin Ja, der ist hier drin Bram, hilf mir Ich hab den gemacht Loll! Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken Sehr gut, Pien Dankeschön Was ist hier jetzt gerade? Bram ist nächster Teamspieler Vielen Dank, Bram Loll, Sepp Sepp hat auf mich geschossen Nein, 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 nein Ich dachte du wärst Bram Denn Bram ist im Häcksler Aber ich bin Traitor Peter, Alter Scheiße Boah, wie ihr euch dagegen seid Hey Du machst mich weg Nee Scheiße Das fand ich so gut Oh, ich war Ich hatte die Chance gut zu werden Diese Runde Die hab ich jetzt Wieso kenn ich eigentlich immer dich? Wenn du so zählt bist Du warst aber auch mal besser in TTT, Peter Ja, das stimmt Und zwar genau vor einer Runde war ich besser in TTT Boah, Alter Wir hätten den so easy machen können Und dann schießt du mal den Hinterkopf Was ist aber Was Sorry Ihr seid echt Vögel Mann, und ich denk da noch so Oh Scheiße, hast du Jay angeschossen Kacke Nee Wow Ja, irgendwie ganz komisch Ich hatte keine Muni mehr plötzlich in meiner Shotgun Ich wollte dich eigentlich auch abschießen Die kannst du wegwerfen Was hat das eigentlich mit dem Häcksler auf sich? Dann kannst du halt Leichen komplett verschwinden lassen Also Traitor leihe ich einfach rein Kann ich wiederbelebt werden Ich könnte ja noch mal ne Waffe vertragen Ja, ich auch Bin gerade auch ein bisschen verzweifelt Guck mal, da du Und warum verfolgst du mich jetzt? Die Rollen Gute Rollenverteilung gehabt? Na, guck mal, Christian auch Möchtest du auch weg? Geht nicht Hier, guck mal, zack Weg Du hast mich angeschossen, du Arsch Ja, du läufst doch vor mir rum und ich ballerst rum Ich komm nicht klar auf diese Map Irgendwie glaub ich, dass es ein Traitor ist Er ist so riesig, was? Ja, glaub ich auch Wobei, so viele Punkte hab ich noch gar nicht Warte mal Ja, stimmt Sepp, Sepp 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 würde sich Sepp würde sich viel viel mehr aufregen Wenn der innocent wäre, wenn er abgeschossen wurde Ich hab mich auch nicht so aufgeregt und deshalb Christian abgeballert Naja, das wäre ein bisschen lauter Vor allen Dingen hast du noch 79 Ich hab 75 Leben, Sepp Das schreibt nach Rache Das ist mehr Leben als ich Sepp, was machst du denn hier draußen? Ich werd beschossen Jay is it Ja, ich werd beschossen Jay is it Nee, nee Fuck you, Christian Nee, nee, Sepp Guck ihn erst mal Man schießt du mich einfach ab, ey Ja, dann geh aber weg Du wartest hier draußen, bis er ihn kommen Lass ihn überlegen was ich Confirm ihn Ja, ich lass dich Ja, ja, komm Komm, Bram Boah, Christian Geh hinter die Solle wenigstens Ja, komm, jetzt geh dahin Ich weiß Ich weiß, das ist untergegangen Hallo Ich habe Christian Nicht so, ey, nicht so Oh, der eine lebt sogar noch im Dead Ringer Was ist denn das? Ich möchte einmal kurz Der Pete Ihr sind eh nur noch Traitor Der Pete ist am Ringern Vertraut niemandem Vertrau mir Ne Neu Ja, genau da Alter Der ist von direkt weggefickt Wer war der jetzt Traitor? Bram und Sepp oder was? Bram und Pete Bram und Pete Weißt du, Christian kommt schießend da an, nur weil ich da draußen rumstehe und mit der Sniper irgendwas mal versuchen wollte Irgendwas mal versuchen Du standst irgendwo draußen rum und das sah so aus, als würdest du dich gerade nicht entscheiden können, was du kaufst Meinst du? Nein 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 Ich werde mich doch nicht draußen offensichtlich irgendwo hinstellen und was kaufen Nein Draußen ist nicht so offensichtlich, weil meistens alle drinnen sind Das erkennt man doch gar nicht Ja und deswegen hab ich mich halt nicht da Na egal Heute ist geschlossen Ne das geht nicht Rechte Maustaste Rechte Maustaste Mit dem Alles klar Hallo Dalu Wie konnte man denn jetzt hier nochmal Oh Gott, das ist mir ein bisschen verwirrt Schießt da mit dem Melon-Launcher darüber Ja, hätte doch klappen können, oder? Ja, ich bin dann Dalu hinterhergerannt und wollte den machen, aber der ist halt echt gut auch Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, aber Dalu Der wird direkt geschossen, Peter ist direkt weggemacht worden Und Dalu lacht sich ein als Dalu ist Ich wollte, ich hätte doch nicht meine Lobeshymne unterbrochen Also Zip war nicht, dann war Jay, Dalu oder Bram Jay war nicht Jay war nicht Das ist ne Lüge Das ist ne Lüge Aua Hilfe Ich mach dich fertig Jay Jay war es Er ist hier reingerannt Jay hat jetzt Zip gemacht Ne Ich hab dich gemacht Brammen Ah, schnelle Runde, ne? Das ist geil, wenn Peter vor einem herrennt ohne Waffe Ich hab mich echt ein bisschen gehofft, dass ich Traitor bin Was soll das jetzt? Dalu Du Lutscher Warum konfirmst du den? Das macht doch keinen Sinn Ich musste gucken, ob der jetzt diesmal wirklich tot ist Der steht immer wieder auf Du hast die Melone überlebt, du hast die voll ins Gesicht bekommen Die Melone ist sonderbar Ey Jay, wie hast du das eigentlich gemacht direkt am Anfang? Ich war direkt direkt Ich bin die ganze Zeit hinter dir hergelaufen mit der Schrotze Und du hast das nicht gemerkt Und du hattest noch keine Waffe Und da dachte ich mir Traitor sein Traitor sein Traitor sein Zack Zack war ein Traitor Das war richtig scheiße Das war ganz schön geil Ich fand das lustig Da musste ich mal meine fiese ungleiche Macht ausnutzen Nein, die Shotgun ist weg Kacke Ähm Ich versuche am Anfang immer den Weg zu finden zu diesem Treppenhaus Aber ich finde ihn nie Bau Peter Wäre geil gewesen, wenn ich jetzt auch Traitor gewesen wäre und Jayda nicht gecheckt hätte und mich trotzdem nicht nocht Keine Waffe Nein, 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 da habe ich natürlich drauf geachtet Ich habe dich ja eine Sekunde nebenlassen Keine Leinen, Bram Okay Alter Willst du hier nicht? Ich gebe dir eine Shotgun Bestimmt Komm, hier ehrlich Liegt hier Ich habe doch schon die ganze Zeit eine Schrotze Ich dachte, du wärst da du und würdest sagen Wir müssen das eigentlich mit ihnen zusammen schaffen So Ich hasse dich so sehr, aber Ich würde ja am liebsten schon wieder in den Kopf schießen Hey, wieso verfolgst du mich? Hast du ein Radar? Willst du mir auch eine klicken? Ja, ja, ja Hallo Spass dich Mö, ich wirst das, Christian Jetzt verpiss dich, Junge Machst du Jay? Ich mach Jay jetzt Bram, der ist hier bei mir, da wo du gerade wegrandst Ja, ich renne gerade vor dem Weg, ist mir egal wo der ist Ich renne vor dem Weg, ist mir egal wo der ist Ja, sondern der nicht hinter mir ist Cool Dieser Stuff Room ist ganz beliebt Wenn da du Traitor ist, dann nutzt du Du bist immer in der Nähe davon Ihr Schweine Das war eine wichtige Information Das macht euch nur über meine Aussprache lustig Na schützen dich die Pokerchips, hä? Die gehen eigentlich kaputt Eigentlich sollten die kaputt gehen, wenn man die gegen die Wand pfeffert Bitte nicht Warte, ich will die gegen die Wand schmeißen Wenigstens vorher noch Wer willst du denn hier auf mich werfen? Ja, sie sind kaputt gegangen Wer wurde geboren? Ich? Was? Du bist gerade aus so einem Schacht rausgekommen Bram, bei mir sind Peace und Jay Das sah aus wie eine 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 Jey hat mich einfach wieder verfolgt Wo kommt Bram denn jetzt her? Ja, mach Ich nehme den Rechten Ja, ich nehme den Rechten Ich nehme den Rechten Ich nehme den Rechten? WTF? Die Map sieht einfach mega geil aus Nein, hier Der ist halt so sauber Der Sepp ist Der ist noch nicht tot Der ist noch nicht tot Natürlich Der ist tot Nein, ist er nicht Ist nicht im Dead Ranger Bram hat ihn gekillt Der hat mich zuerst angeschossen Hat der nicht Ich hab das gesehen Doch, hab ich Bram Warte Der labert Bram Der Dalu ist es Dalu machen Die Leiche ist noch verschwunden Dalu ist hinter dir Jey Der verpisst sich gerade dahinten Ey, hör doch auf Du machst einen Fehler Jey Oder du bist Traitor Warte Dalu, warum bist du so nicht Sepp? Der arme Sepp Der arme Sepp Die Leiche ist wirklich verschwunden Also Sepp Christian ist die andere Der hat auch Dead Ringer Natürlich Alle haben Dead Ringer Die Bram hier her schießen Nein, pass auf Die Leiche war schon Ja, ich weiß Glaube ich Du bist so ein Wixer, wa? Also Chris und Sepp sind dann Okay, okay Also nicht auf Dalu geschossen Da oben ist er Oben? Ja Oben Boah, jetzt werdet ihr aber Hab Christian gekillt Ich glaube Dalu hat es erwischt Wer ist das? Ja, Dalu hat es erwischt Wer ist das? Schade Oh, Bram hat es auch erwischt Jey, Jey, nur noch Sepp Wir sind zu zweit Wer ist das? Peter, hinter dir! Ha! Spaß Motherfucker Was machen wir denn jetzt? Ähhh Sepp kill? Okay Oder du überraschst alle Und killst mich jetzt auf einmal Und dann bin ich sauer auf dich What the fuck Willst du mich verarschen, Jey? Was war das denn jetzt für eine Aktion? Willst du mich verarschen? Wieso schießt du denn auf mich? Jey! Jey! Wie keiner lacht Jey ist so ein Mongo Wie viel kann Sepp noch haben? Ahhhh Nein, er guckt ja genau Schöne Runde, Pete Jetzt hat er wieder 19 Punkte Scheiße Jey! What the fuck? Und ich dachte, keine Sau lachte, das war mega unlustig Ich fand's los Vor allen Dingen hast du dich vorher noch mega aufgerichtet richtig angeschossen hab Obwohl ich da eigentlich einen Grund aus meiner Sicht hab Und dabei bist du einer der meisten holt, wenn man random killt, ja? Ja, aber Peter hat... Oh, jetzt geht das wieder los Nee, nee, Bram Nicht hier den Elefanten mit Puzzle-Alarm machen Nee, Peter hat mich halt so quasi wieder manipuliert, dass ich ihn abschieße Ja! Genau! Ich bin schuld, dass du mich abgeschossen hast! Ich wär jetzt total sauer, wenn du das machst Dann ratterte es in mir Und dann dachte ich mir Boah, jetzt muss ich dich zumindest einmal anschießen Also, man sagen muss halt Jey... Alter Vater! Ja, Jey hat gesehen, der kann nicht mehr gewinnen Und dann wollte er einfach nur noch Peter abfacken Das ist wieder Öl ins Feuer, wie immer Ja... Weißt du denn, was ist die Map haben wir doch schon? Ey, die Map haben wir doch schon Könnt ihr euch ja in die Kommentare schreiben, wie toll Jey ist Haut rein, bis zum nächsten Mal Tschüss! Tschüss!